Hier ist Flips und das sind unsere Themen. Warum Pixar's neuer Film nicht geil ist, Stress um Games und Filme, macht diese Firma alles Vogue, Marvel-Star über Superheldenmüdigkeit, brauchen wir die Pause, Dune 2, ist der Film nur was für Männer, Fallout-Serie überrascht und warum die Avatar-Stars so traurig sind. Vielen Dank an unsere Unterstützer, die Guardians. Funkenschuster, Jan Saupe, Akira Nana, Dennis Heide, Lampi, Black Hand Touch, Black Shadow, Hans-Joachim Meier, Urki-Turki, Harm, Kim Yonatako, Kineiro, Chaos-Prinzessin, Just Ulrike, Just Jasmin, Kinocheck.de, Michael Traxler, HeyAaron, MJ85, IgNormi1, Ronsen182, Deconi, Swafnirson, Tony Barth, Daniel Schuh, Der Twarslöper, JFK-Faker, T-Unit-CB und Luca Kamenz. Und einen riesigen Dank auch an unsere Hitchhiker und an unsere Spotlighter. Danke, dass ihr diese Sendung unterstützt und überhaupt erst möglich macht und danke natürlich auch an euch, die Flips-Community. Willkommen bei den Flips-News, Ausgabe 368, Maniac und ich, der Batz, sind zurück, um euch mit den neuesten Infos zu filmen, Serien und Games zu versorgen. Vergesst nicht, das Abo zu aktivieren, um die Glocke zu klicken, um up-to-date zu bleiben. Und natürlich gibt es auch zwischen den Sendungen exklusive News auf Instagram. Da erfahrt ihr dann auch, wer heute Abend bei den Oscars gewinnt. Also folgt uns für noch mehr spannende News zwischen den News. Die Kino-Charts und Starts der Woche. Bleibt dran, denn es wird spannend. Knapp noch in der Top 5 auf dem letzten Platz der Dauerbrenner, wo die Lüge hinfällt. Mit über 1,4 Besuchern seit Januar. Die Rom-Com als Genre ist zurück und wahrscheinlich bekommen wir in dem Stil schon bald wieder deutlich mehr Filme. Sidney Sweeney und Glenn Powell, also die Stars, suchen wohl schon nach dem nächsten Script, in dem sie sich wieder als ungleiches Paar zoffen können. Platz 4 geht an den Neustart. Maria Montessori, ein Biopic über die umstrittene Erfinderin der gleichnamigen Pädagogik. Der Film spart allerdings die kritischen Aspekte und ihre Nähe zu Mussolini und ihre etwas zweifelhaften Ansichten aus. Was die Story allerdings schon etwas geglättet wirken lässt. Auf der 3 haben wir noch einen Neueinstieg und der ist sehr verdient. Denn die Doku Wunderland wirft einen Blick hinter die Kulissen des Miniatur-Wunderlands in Hamburg. Gleich die beste Attraktion der Hafenstadt, denn die liebevoll designten Winzwelten lohnen wirklich den Besuch. Und der Film erzählt, wie die Gebrüder Frederik und Gerrit Brown dieses kleine Wunder erschaffen haben. Wohlfühlkino im besten Sinne. Was wir von Platz Nummer 2 wohl nicht sagen können. Nach The Zone of Interest fühlt sich wohl niemand besser als vorher. Das Drama über die Banalität des Bösen am Beispiel der Familie des Auschwitz-Leiters Rudolf Höss bringt dennoch schon über 100.000 Zuschauer in die Kinos. Was uns zur Nummer 1 bringt. Und ja, erwartbar hat sich da nichts geändert. Dune Part 2 dominiert die Charts mit weitem Abstand. Er hat in nur einer Woche schon knapp die 1.000.000 Zuschauer geknackt. Auch in den USA ist er auf Platz 1 und hat dort bereits 111.000.000 Dollar eingespielt. Weltweit dann bereits 210.000. Auch wenn wir nach dem Start ein leichtes Absacken sehen, wird dennoch erwartet, dass er einen sehr akzeptablen Second Weekend Drop haben wird. Also fast jeder Film hat ja am zweiten Wochenende weniger Besucher als am Startwochenende. Und je nachdem, wie viel Prozent weniger spricht man da vom Second Weekend Drop. Und in den USA könnte der dann vom Start von Kung Fu Panda 4 beeinflusst werden, der dort eine Woche früher als bei uns nämlich jetzt schon läuft. Analysten sehen insgesamt aber eine sehr gute Gesamtperformance für das Wüstenpolit Wurm-Epos, dessen einzige Achillesferse die Demografie sein könnte. Denn Dune 2 ist ein Dudes-Film für ältere Zuschauer. Fast 60% aller Zuschauer sind männlich und 64% über 25 Jahre alt. Was die Zahl der Ich-ge-späte-Reingucker beeinträchtigen könnte, wenn weibliche Zuschauer trotz Timothy eher wenig Bock haben, Männer und ihre Würmer anzuschauen. Wir sind gespannt. Wecken aber erstmal, dass der Film für die Kinos ein Glücksfall ist. Und auch wenn es noch keine News zu einem Teil 3 gibt, der dann Pauls Weg zum genozidalen Diktator schildert, damit auch der Letzte kapiert, dass er eben kein cooler Dude ist. Es mangelt nicht an spaßigen Kurioser, wie zum Beispiel der Meldung, dass Christopher Walken, der in Dune 2 ja den Emperor spielt, ganz überrascht war, als ihn Musikkenner darauf ansprachen, dass er ja schon 2001 in einem Musikvideo von Fatboy Slim dabei war, in dem es um Dune ging. Ja, der Song Weapon of Choice erwähnt eindeutig die spezielle Art zu gehen, die die Fremen verwenden, um keine Würmer zu wecken und die Stimme der Bene Gesserit, mit denen sie Menschen manipulieren. Walken tanzt im Musikvideo zum Song, hat aber keine Ahnung von den Dune-Referenzen. Aber boy, the Emperor can dance. Verdient da Platz Nummer 1 für Dune 2. Konkurrenz gibt's, wie gesagt, nächste Woche dann vom dicken Panda, der dann auch bei uns startet und vermutlich bei der Family Crowd wieder ordentlich punktet. Die Horrorfans könnten mit Imaginary auf ihre Kosten kommen, Die Blumhouse-Produktion handelt von einer Frau, die ins Haus ihrer Kindheit zurückkehrt und feststellen muss, dass ihr eingebildeter Kindheitsfreund dort noch immer auf sie wartet. Creepy, aber leider Embargo bis zum 11. März, daher darf ich noch nicht sagen, wie er mir gefiel. Ich hab ihn ja letzte Woche schon gesehen. Und dann ist da noch Millers Girl mit Martin Freeman und Jana Ortega über eine 18-Jährige und ihren Lehrer, die eine Affäre miteinander haben mit den erwartbaren Verwicklungen und ähm, ja, furchtbaren Bewertungen von Zuschauern wie Kritiker-Kollegen, die den Film als oberflächlich und langatmig abtun. Aber naja, es gibt ja genug andere interessante Sachen derzeit zu schauen. Was habt ihr zuletzt gesehen und was wollt ihr als nächstes gucken? Ratet es uns in den Kommentaren. Diese Woche gab's natürlich auch wieder Trailer-Time und der interessanteste war für den nächsten Dreamworks-Film, eine Adaption des Bilderbuches The Wild Robot von Peter Brown. Darin muss der Roboter Ross7134, der auf einer unbewohnten Insel strandet, lernen zu überleben und sich mit der dort lebenden Flora und Fauna zu arrangieren, obwohl er ja eigentlich für ganz andere Dinge programmiert war. Das Ganze ist extrem schön animiert und verspricht einen sehr interessanten Film mit WALL-E und Iron Giant-Vibes. Leider der letzte Film des Dreamworks-Animation-Teams. Zukünftig wird die Firma Filme nur noch bei anderen Teams in Auftrag geben und nicht mehr in-house animieren. Sehr schade. Bis dahin sind wir aber gespannt auf The Wild Robot, wenn er im September anläuft. Und auch der Dreamworks-Konkurrenz meldet sich diese Woche wieder. Pixar's Alles steht Kopf, das soll ja nach dem durchwachsenen Elemental wieder einen Hit abliefern und ist die Fortsetzung des hochgelobten 2015er-Originals Inside Out, der uns ja schon mit dem emotionalen Innenleben der jungen Riley vertraut machte. Ein Film, der von vielen auch als clevere und wichtige Auseinandersetzung mit dem wichtigen Thema Mental Health verstanden wurde. Und der Film endet ja mit der Ankündigung, die nächste große Challenge für Riley ist die Pubertät. Was plausibel klingt denn selten, verändern sich körperlich, geistig und was Lebenserfahrung angeht so viele Dinge gleichzeitig wie in der Adoleszenz. Folgerichtig wird Riley's Hirn mit 13 komplett umgebaut und es kommen viele neue Emotionen oder Unteremotionen hinzu. Zur Freude, Kummer, Wut, Ekel und Angst, die wir aus Teil 1 kennen. Da gibt es dann Unsicherheit, Langeweile, Neid und Scham. Ein paar davon sehen wir ja schon im zweiten Trailer, der sehr typische Teenager-Stimmungsschwankungen und Unsicherheiten antiest. Doch Fans online haben jetzt schon eine große Befürchtung und zwar, dass der Film vor dem Aspekt zurückschrecken könnte, an den wohl die meisten denken, wenn es um Pubertät und Teenies geht und um den sich ja auch die meisten Teenie-Filme drehen. Lust, Trieb, der Beginn des Begehrens, die Hormone, die viele in der Teenie-Zeit plagen und die am Ende von Teil 1 ja auch sogar angekündigt wurden. Doch auf die Emotionen geil, die können Fans, wo noch lange warten, es scheint bisher so, dass Pixar diesen Aspekt eher ausspart. Vielleicht, weil es ihnen zu heikel ist. Ist ja immer noch Disney. Was andererseits befremdet, denn Rot hat das Thema ja ziemlich familienfreundlich und trotzdem sehr ehrlich in einem Animationsfilm gezeigt. Es wäre also durchaus möglich, das zu machen. Warten wir mal den Film ab, vielleicht hält Pixar das ja auch zurück. Oh, won't somebody please think of the children? Ja, Pubertät nur mit Langeweile und Unsicherheit wäre doch schon irgendwie sehr weird. Was meint ihr dazu? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Marvel musste ja viel einstecken die letzten Jahre. Nicht ganz zu Unrecht wurde nach Phase 4 und dem holprigen Start von Phase 5 die durchwachsene Qualität der Filme und vor allem der Serien kritisiert, die dazu beitrugen, was mittlerweile Superhero-Fatigue, Superhelden-Müdigkeit getauft wurde. Das Publikum hat langsam genug vom Immergleichen und Filme wie Ant-Man 3, Quantum Mania, Thor, Love and Thunder, Serien wie Secret Invasion und zuletzt Echo tragen nicht viel dazu bei, das Vertrauen zu stärken. Derzeit lassen die Hoffnungen auf Erneuerung auf Deadpool und Wolverine, dem einzigen MCU-Film des Jahres, ehe sie dann im nächsten Jahr mit gleich vier Filmen wieder in die Vollen gehen wollen. Captain America, Brave New World, Thunderbolts, The Fantastic Four und Blade sollen die Kassen wieder klingeln lassen, plus die Ironheart und die neue Daredevil-Serie. Ziemlich viel Zeug, das nicht bei allen Zuschauern Jubel und freudige Erwartung weckt. Letzte Woche meldete sich einer der Helden jetzt selbst zu Wort, Chris Evans aka Captain America himself. Auf dem Emerald City Comic Con wurde er auf das Thema Heldenmüdigkeit angesprochen und meinte, ja, das sind gigantisch große Filme, an denen viele Menschen mitarbeiten und wir sehen, die sind nicht einfach zu machen, sonst gäbe es mehr Gute. Er wolle niemandem Vorwürfe machen, er wäre ja selbst in ein paar Miesen dabei gewesen. Es wäre hart und je mehr Leute daran rumwerkeln, desto schwieriger werde es. Aber es gäbe auch ein paar wirklich phänomenal gute MCU-Filme und die würden einfach derzeit nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen. Sein Liebster, danach wurde er auch gefragt, wäre Captain America The Winter Soldier, weil damals, als der gedreht wurde, mehr Risiken eingegangen worden wären und die Charaktere besser erzählt worden wären. Er sagte, das ist einer der Besseren aus meiner Marvel-Zeit. Was jetzt auch ein bisschen so klingt, als wäre er insgesamt vielleicht doch nicht so zufrieden und sich anschließt an die Worte von Paul Dano, der ja in Batman The Riddler spielte. Der wurde auch in einem Interview auf die Heldenmüdigkeit angesprochen und schien jetzt nicht so unglücklich darüber zu sein. Jetzt wäre die Zeit, wo die Studios sich fragen sollten, entweder wir ändern grundsätzlich was oder wir lassen das Genre mal für eine Zeit ganz bleiben, sagt er. Er begrüße die Krise, weil sie herausfordere und das neu gedacht werden muss und auch andere Dinge im Kino vielleicht mal wieder eine Chance haben. Klingt doch eigentlich ganz nachvollziehbar und vernünftig, oder? Was meint ihr zu dem Thema, seid ihr Heldenmüde oder wollt ihr immer noch mehr, mehr, mehr? Verratet es uns in den Kommentaren. Serien. Letzte Woche wurde noch gezittert, jetzt steht es fest, Netflix hat Avatar The Last Airbender gecancelt. In einer Pressemitteilung wurde letzte Woche verkündet, die Serie wird eingestellt nach Staffel 3. Ha, gotcha. Denn ja, auch wenn das Ende feststeht, ist es natürlich eine super positive News. Netflix hat sehr schnell bekannt gegeben, dass sie noch zwei Staffeln von Avatar produzieren lassen und damit allen Fans die Angst genommen ist, könnte eine weitere Serie ohne richtiges Ende werden. Wir bekommen Aang's Story fertig erzählt und vielleicht schaffen es die Macher ja auch aus den Schwächen der ersten Season zu lernen. Und ja, es ist schon sehr süß, wenn wir sehen, wie Daniel Dae Kim, der Darsteller eines fiesen Lord Ozai, in einem Zoom-Call die gute Nachricht überbringt, wobei er sie zuerst vor eine Sekunde glauben lässt, die Show wäre abgesetzt. Die ganze Cast freut sich extrem und wir. Wir stimmen da mal mit ein. Es geht weiter, auch wenn wir wohl frühestens Ende nächsten Jahres mit einer Staffel 2 rechnen dürfen. Freut ihr euch auch drauf? Sagt es uns. T-T-T-Trailer gab es auch für Serien. Netflix präsentierte den finalen Trailer für die übernächste Woche startende Adaption des chinesischen Erfolgsromans Free Body Problem. Eine epische Story in mehreren Zeitebenen und vergangenes Trauma, wissenschaftliche Entdeckung und Vision eines mysteriösen Countdowns und Aliens vom Planeten Trisolaris und die Geheimnisse des menschlichen Geistes. Der Trailer verspricht epische Bilder und fantasievolle Entwicklungen mit einer interessanten Besetzung. Produziert wird das Ganze von den Game of Thrones-Machern Banyard & Vice. Ob die Show ähnlichen Erfolg haben wird oder doch zu komplex ist, sehen wir dann wohl Ende des Monats. Und das war nicht alles. Kurz nachdem Eli Roth sein Borderlands-Filmtrailer präsentierte, gibt's Neues von der Fallout-Serie zu sehen. Die Adaption des beliebten Games soll ja im April auf Amazon Prime starten. Die brauchen ja auch mal wieder positive News, nachdem sie zuletzt nur durch Werbung, Preiserhöhung und Mitarbeiter rauswerfen, für Schlagzeilen sorgten. Auch bei Fallout ist das Showrunner-Team nicht unbekannt. Das Ehepaar Jonathan Nolan und Lisa Joy, die bereits schon Westworld zum Erfolg machten, sind für Fallout verantwortlich. Und der Trailer pendelt zwischen dem grimmigeren Tonfall von Westworld und den satirischen Cutscenes, die wir von Fallout-Games gewohnt sind. Wenn wir die junge Vault in Sarsin Lucy dabei begleiten, wie sie versucht, in der postapokalyptischen Welt mit ihren verschiedenen Fraktionen zurechtzukommen, in der es irgendwie jeder auf sie abgesehen hat. Dabei wimmelt es von Referenzen auf die Games und ein Goon in Form von Wharton Goggins spielt eine wichtige Rolle und sein Hund natürlich auch. Der Trailer verspricht in jedem Fall eine bildgewaltige Show, bei der Amazon nicht gespart hat. Irgendwohin müssen unsere ganzen Gebühren ja auch gehen. Warum nicht in die Vorbereitung auf die unvermeidbare Apokalypse? Also ja, zwei Shows, auf die sich das Warten lohnt. Welche macht euch neugieriger? Sagt es uns. Nicht warten müsst ihr auf The Program, eine neue Dokuserie auf Netflix, die extrem spannend und verstörend ist. Denn in ihr berichten Menschen, die Spezialschulen für problematische Teenager überlebt haben, wie wirklich scary und menschenfeindlich diese Institutionen sind, in die sie oftmals wegen banaler Probleme von ihren Eltern verfrachtet wurden. Stellt euch vor, ihr werdet mitten in der Nacht von Männern aus dem Schlaf gerissen und verschleppt und eure Eltern schauen einfach nur zu. So beginnt für viele Kids bis heute der Eintritt in ein Re-Sozialisierungsprogramm namens Wasp. Ihr sehen traumatische Erfahrungen, die die Macherin der Doku aufarbeitet, die selbst mit 16 für über ein Jahr in so einer Einrichtung eingesperrt war, in der sie mit niemand reden, niemand ansehen, niemand berühren und nicht mal aus dem Fenster schauen durfte, ohne harte Strafen zu bekommen. Von dem anderen Scheiß, der der abseits der Öffentlichkeit ablief, ganz zu schweigen. Wenn ihr mal ernsthaft ein WTF-Gefühl bekommen wollt, wie Eltern ihren Kindern sowas antun können, schaut euch The Program Cons, Cult & Kidnapping an. Vor der nächsten News brauche ich nochmal ganz kurz eure Aufmerksamkeit. Uns fehlen noch rund 130 Patreon-Supporter, damit wir Flips auch weiterhin finanzieren können. Patreon-Supporter sein heißt nicht nur, dass du uns unterstützt, du bekommst auch etwas zurück, nämlich unsere Podcasts zu Filmen, Serien und Games, deinen Namen in der Sendung und auch extra Content wie längere Videos, die es hier auf YouTube nicht gibt. Und du kannst mit uns auf unserem Discord abhängen, wo wir heute Nacht gemeinsam die Oscars anschauen. Schon für 2 Euro kannst du dabei sein. Support your local YouTuber. Es rumort mal wieder in Gameland, wobei das Thema ja nicht nur Spiele, sondern auch Serien und Filme betrifft, denn es braut sich gerade wieder so etwas wie ein zweites Gamergate zusammen und wie damals ist auch hier der Auslöser mal wieder, dass gewissen Leuten alles zu woke wird und dass Leute auf der anderen Seite des Themas auch eher awkward reagieren. Worum geht's? Spiele, Serien und Filme haben ja schon seit längerer Zeit etwas, das sich Narrative Consultants nennt. Also Agenturen, die beraten sollen, was die Entwicklung und Umsetzung von Geschichten angeht. Bei Filmen und Games mit historischem Background sind es ja oft Historiker bei Themen über Minderheiten, wie zuletzt zum Beispiel bei Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon, bei denen natürlich auch Berater des Osage-Stammes mit in der Umsetzung eingebunden waren. Seit Anfang der Nullerjahre, als das Wort Diversity wichtiger wurde und langsam die Erkenntnis einsickerte, dass es vielleicht sinnvoll sein könnte, wenn es vielfältigere Sichtweisen in Medien geben sollte und Storys mit und nicht immer nur über Minderheiten erzählt werden. Seitdem fokussieren auch Spiele immer mehr auf Storytelling, gerade große cinematische Sachen wie die Playstation Games, Ubisofts historische Open World Games und so weiter. Das führt dazu, dass es den Bedarf nach externen Beraterfirmen gab, die dazugeholt wurden, wenn Storys entwickelt werden. Und eine dieser Firmen ist Sweet Baby Incorporated. Sie ist allerdings nur eine von vielen, hat aber an einigen sehr hochkarätigen Games mitgearbeitet. Und da ihr Mission Statement ist, vielfältigere Perspektiven zu berücksichtigen und den ganzen Spielentwicklungsprozess komplett zu begleiten, war es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis sie ins Fadenkreuz der Anti-Woke-Kritiker gerieten, ihnen jetzt vorwerfen, sie würden Games aktiv schlechter machen, indem sie die Storys versauen mit aufgedrängter Diversity. Besonders Alan Wake 2, Spider-Man 2 und das Squad-Game und God of War Ragnarok wären dadurch schlechter gemacht worden, weil es eben mehr nicht-weiße Figuren gäbe. Und ein brasilianischer Dude namens Cabrutos Rambo erstellte prompt eine Steam-Liste von Games, bei denen er vermutet, dass Sweet Baby Inc. daran mitgearbeitet hat und die deswegen Woker Müll wären. Darunter auch Erfolgstitel wie zum Beispiel Assassin's Creed Valhalla. Davon fühlte sich dann einer der Sweet Baby Inc. Mitarbeiter provoziert, der mit seinem privaten Twitter-Account dazu aufrief, diese Steam-Liste zu melden, da sie nur dazu dienen würde, die Creator einfacher mobben zu können und den Kurator der Liste zu reporten. Was wohl auch nicht der eleganteste Move war, weil es Streisand-Effekt. Wir kennen das ja, man versucht den Deckel auf was drauf zu halten und dann wird es nur noch bekannter. Denn jetzt hatte natürlich die Anti-Vogue-Brigade wieder einen Grund, sich als zensierte Opfer zu fühlen, was dem Ganzen natürlich wieder mehr Aufmerksamkeit gab, als es verdient hätte. Ähnlich wie die total geheime Liste mit den Diversity-Regeln, die Elmo Musk neulich geleakt hat, die natürlich seit Ewigkeiten bekannt war und total offen im Netz stand seit Ewigkeiten, ist auch nichts, was Sweet Baby Inc. macht sonderlich skandalös oder enthüllenswert. Werden hinzugeholt, wenn die Game Studios mehr Diversity in ihren Werken wollen und authentischen Input von Creatives aus den verschiedenen Bereichen möchten, die sie intern nicht abdecken können. Und die Probleme von Games, wie jetzt dem Squad-Shooter oder Valhalla waren, wenn wir der breiten Masse von Gamern und Kritikern glauben, ja auch eher Dinge wie Microtransaktionen oder der Zwang, Spiele als Service-Games zu designen, wenn sie als Single-Games vielleicht besser geworden wären und nicht, dass dort Figuren vorkommen, die jetzt nicht männlich-weiß und hetero sind. Allerdings hilft es jetzt auch nicht, wenn Sweet Baby Inc. auf diese Vorwürfe in der jetzigen Weise reagiert und in Kotaku-Interviews noch versucht, das Ganze herunterzuspielen, was sie tun. Denn natürlich ist es das Ziel, dass Spiele am Ende diverser sind. Da gibt's jetzt nicht viel zu diskutieren. Sonst müsste man sie ja nicht dazu holen. Das ist ihr gesamter Job. Und es wird immer ein Publikum geben, das sich davon getriggert fühlt, weil sie halt weiterhin Minderheiten nur dann sehen wollen, wenn es passt. Was quasi nie der Fall ist. Und die immer noch nicht darüber hinwegkommen, dass Frauenfiguren in Games nicht mehr ausschließlich als Fab-Vorlage gestaltet werden, wie man im Discord dieser Gruppe sehen konnte. Und ja, jetzt rollt die übliche Outrage-Welle basically mit den selben Argumenten, die wir alle natürlich schon kennen und tausendmal durchdekliniert haben. Und Sweet Baby Inc. ist vermutlich auch nur das erste Ziel. Denn auch im Film- und Serienbereich setzen Netflix, A24, Disney und andere auf Beratergruppen, wie zum Beispiel Harness, die ähnliche Ziele haben wie Sweet Baby Inc. Der Stress geht also weiter, spätestens dann mit dem diversen Snow White Remake. Also ja, viel Spaß beim Sturm im Wasserglas, während wir weiterhin ignorieren, was das wirkliche Problem mit riesigen Konzernen ist. Spoiler! It's a little thing called capitalism. It's killing us! Und jetzt natürlich wieder ein gigantischer Dank an alle Unterstützer auf Patreon, ohne die wir Flips nicht finanzieren und umsetzen könnten, wie unsere Patroni und die Timelords hier. Der Link zum Unterstützen und zum Extra-Content genießen ist in der Videobeschreibung. Und rechts findest du unseren Anschautipp. 5 gute Szenen aus schlechten Filmen. Klick dich rein, genieß den Sonntag und bis zum nächsten Mal.